Ja, wieder zwei Testspiele hinter uns gegen Berlin und heute Jena. Ich bin mit Teilen aus beiden Spielen zufrieden, mit Teilen nicht zufrieden. Wir hatten eine sehr anstrengende Trainingswoche. Wir haben am Freitagmorgen noch viel an Schnelligkeit gearbeitet. Da hat man gesehen, dass die Beine am Wochenende auch sehr müde waren, gerade heute im Spiel gegen Jena. Gestern gegen Berlin, das erste Viertel war meiner Meinung nach sehr gut. Wir haben fokussiert gespielt, sind die Systeme durchgelaufen, waren sehr aggressiv in der Verteidigung. Dann im zweiten Viertel etwas nachgelassen und die Berliner haben auf der anderen Seite den Druck erhöht. Das konnten wir nicht auffangen und so ist dann auch schon zur Halbzeit der deutliche Rückstand da gewesen. Ich bin trotzdem zufrieden, wie die Mannschaft nochmal zurückgekommen ist, bis auch im letzten Viertel vor allen Dingen. Wir konnten den Rückstand nochmal auf elf Punkte verkürzen, obwohl wir trotzdem ganz gut durchrotiert haben. Heute gegen Jena waren wir sehr müde. Wir haben viele Fehler gemacht, vor allen Dingen im Angriff. Viele Bälle verloren, schlechte Pässe gemacht, schlechte Entscheidungen getroffen. Trotzdem war uns natürlich wichtig, dass wir das als richtige Spiel auch ansehen. Aber auf der anderen Seite auch gerade die Leute, die gestern deutlich mehr gespielt haben, etwas entlasten. Letztendlich zufrieden bin ich mit der Aggressivität im Rebound. Nicht zufrieden, wie ich schon sagte, mit den Angriffsentscheidungen, aber auch mit der Aggressivität in der Verteidigung. Aber als auch schon noch mal der gave ihr den Angriffsentscheidungen, etwa die Musik auf die Angriffs- und Angriffsprächtung werden, Aber jetzt bin ich an, was ich mit der Gäste. Und ich gleich möchte Ihnen, was ich mit der Upluss- und Bönen, ich bin dabei auch ein bisschen mehr am Koppelgerät. Vielen Dank.